Hey, mein Name ist Kevin Kios von der Diamant Polymer GmbH. Heute nehmen wir euch mit zu einem spannenden Projekt bei D&S Oberflächentechnik in Paderborn. Unser Produkt, Dichtol, kommt bei der Imprägnierung von 400 Quadratmetern Brückenelementen zum Einsatz. Jetzt übergeben wir an den technischen Leiter vor Ort. Mein Name ist Sebastian Wiedemeier, ich bin der technische Leiter der D&S Oberflächentechnik. Wir sind sowohl tätig im Bereich des maschinellen und händischen Sandstrahlens als auch in der Oberflächenbeschichtung, in speziellen Industrielackierungen sowie des thermischen Spritzens. Wir sind heute hier, um eine Brücke mit einer Gesamtquadratmeterzahl von 400 Quadratmetern mit dem Produkt Dichtol der Firma Diamant zu versiegeln. Dies ist erforderlich, da thermisch gespritzte Schichten eine sehr große Pürosität aufweisen, welche im Nachgang versiegelt werden muss, um zum einen eine gewisse Festigkeit zu erzielen, als auch den erfolgreichen Gesamtkorrosionsschutz zu erreichen. Versiegelung von thermisch gespritzten Zinkschichten mit Dichtol. Tiefes Eindringen in die Spritzschicht. Konform mit DIN EN ISO 2063. Dauerhafter Schutz vor Unterkorrosion. Kompatibel mit vielen Farben und Lacken. Schnelle Trocknung bei Raumtemperatur. Und keine Lösemittel. Dichtol ist vollständig VOC-frei. Mit diesen Eigenschaften ist Dichtol die perfekte Wahl für eine langlebige und zuverlässige Oberflächenbehandlung. Wenn ihr weitere Informationen zu unseren Dichtol-Produkten sucht oder direkt bestellen möchtet, dann besucht uns einfach online. Alle Details findet ihr auf unserer Website. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an D&S Oberflächentechnik für die erfolgreiche Zusammenarbeit und auch viele weitere Projekte. Bis bald!